Sahne schlagen Um frische und leckere Schlagsahne zu erhalten, einfach die gewünschte Menge flüssige Sahne in eine Rührschüssel gießen und kräftig rühren, auch Schlagen genannt. Wenn die Sahne beginnt fester zu werden, ein wenig Puderzucker hinzugeben und weiter verrühren, bis sie fest geworden ist. Schon haben Sie köstliche Schlagsahne für Kuchen oder Desserts. Möchten Sie Ihrer Sahne eine besonders feste Konsistenz geben? Kein Problem! Schlagen Sie einfach ein wenig Eiweiß auf, bis es schaumig und fest ist, sogenannter Eischnee, und rühren diesen unter die frisch geschlagene Sahne. Jetzt schmeckt die Sahne nicht nur hervorragend, sondern sieht auch noch toll aus.